Rentenerhöhung 2023 ist jetzt amtlich. Rentenwertbestimmungsverordnung wurde am 26. Juni 2023 im Bundesgesetzblatt verkündet. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbeschiff24.de. Wir haben ja seit Monaten die Diskussion um das Thema Rentenerhöhung, Rentenanpassung 2023, die zum 1.7.2023 kommen soll. Alles, was wir bis zum 26. Juni 2023 hier besprochen, verkündet haben, war alles im Grunde genommen Makulatur, Schall und Rauch. Denn wir haben nämlich ein Gesetzgebungsverfahren. Und das Gesetzgebungsverfahren bedeutet, dass eine Verordnung oder ein Gesetz erst dann immer eine Verordnung und ein Gesetz ist, wenn sie tatsächlich im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden ist. Vorher passiert hier gar nichts, meine Damen und Herren. Und die Rentenwertbestimmungsverordnung der Bundesregierung, die am 16. Juni 2023 vom Bundesrat auch verabschiedet worden ist, also der hat dazu gestimmt, ist nunmehr am 26. Juni 2023 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. Und ich zeige Ihnen das mal, wie das aussieht, dass Sie einfach da mal den Blick drauf werfen. Das ist hier das Bundesgesetzblatt und die Verordnung zur Bestimmung der Rentenwerte in der gesetzlichen Rentenversicherung und so weiter. Zum 1. Juli 2023 die sogenannte Rentenwertbestimmungsverordnung 2023 in der Abkürzung RW-Best-V 2023 ist unter dem Zeichen Bundesgesetzblatt 2023 Nummer 164 vom 26. Juni 2023 hier im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. Federführend war das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und das Ausfertigungsdatum dieser Verordnung war der 21. Juni 2023. Also knapp fünf Tage nach der Zustimmung durch den Bundesrat. Und die Verordnung sieht dann im Bundesgesetzblatt so aus, wie ich es hier gerade mal runterscrolle. Ja, da haben wir dann den Paragraf 1. Da gibt es dann neue Rentenwerte im West und Ost und einen entsprechenden Ausgleichsbedarf, Sicherungsniveau und so weiter. Das interessiert mich aber alles ganz und gar nicht, sondern, meine Damen und Herren, hier der Paragraf 7 in Kraft treten. Und diese Verordnung, meine Herrschaften, gucken Sie bitte ganz genau hin, tritt am 1. Juli 2023 in Kraft. Das heißt also, der Wesensgehalt dieser Verordnung, dass die Renten sich erhöhen, tritt zum 1. Juli 2023 in Kraft. Und damit ist klar, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, dass diese Verordnung nunmehr Gesetzeskraft hat. Sie ist im Bundesgesetzblatt unter den von mir genannten Aktenzeichen veröffentlicht worden. Es ist jetzt amtlich. Das Rad kann sozusagen nicht mehr zurückgedreht werden. Deshalb freue ich mich. Jetzt haben wir das Blatt Papier, wo es draufsteht. Wir Juristen sagen, das Gesetzgebungsverfahren ist nunmehr mit der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt abgeschlossen. Ende, finito, Feierabend zum 1. Juli 2023 kann es also jetzt definitiv losgehen. Damit werden auch alle neuen Rentenbescheide, auch alle Rentenanpassungsbescheide, die vor dem 1. Juli 2023 schon an viele Rentnerinnen und Rentner ausgeschickt worden sind, damit sozusagen legitimiert werden. Denn ohne diese Veröffentlichung wäre die Rentenanpassungsverordnung gar nicht gesetzt. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenscheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen die Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen die Rentenberater Peter Knöppel.